Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Video-Podcast Stimmts Versicherungsmythen aufgedeckt. Heute mit dem Thema, wenn etwas kaputt geht, dann ersetzt die Versicherung den Neuwert. Oder doch nicht, Joscha? Also angenommen, ich lasse jetzt das Handy von einem Freund runterfallen oder ich bin bei dem zu Hause. Er hat seinen Laptop da stehen, wir trinken ein Tässchen Kaffee, ich lasse den Kaffee über die Tastatur laufen. Ja, viele denken ja, ich bin versichert und die Versicherung ersetzt dann den Schaden. Ja, das ist ja so ein Klassiker. Man ist ja auch unter Freunden dann besonders vorsichtig. Und wenn sowas passiert, hofft man natürlich, dass der entsprechend auch eins zu eins das Gerät ersetzt bekommt. Aber das ist nicht immer so, oder? Ja, nee, mit dem eins zu eins und dass er den Neuwert bekommt, so ist das nicht. Weil es wird nämlich immer nur der Zeitwert ersetzt, außer es ist im Versicherungsvertrag anders geregelt. Okay, das heißt, ich bekomme dann kein neues Laptop oder neues Handy als Geschädigter, in Anführungszeichen, sondern nur den entsprechenden Wert. Wenn jetzt der Laptop oder das Handy schon fünf oder zehn Jahre alt ist, dann kann man da nicht mehr so viel erwarten. Und dann ist das natürlich auch irgendwo ärgerlich. Man bekommt dann nur noch den Restwert, wie es glaube ich heißt. Ja, genau, so ist es. Und deshalb solltest du bei deiner Versicherung genau darauf achten, ob der Vertrag halt diesen Neuwertersatz übernimmt. Ah, okay. Ja, das ist echt ein guter Hinweis. Da muss man, glaube ich, sehr genau reinschauen. Ja, haben wir wieder einen Mythos aufgedeckt, würde ich sagen. Habt ihr denn weitere Mythen, die euch interessieren? Schickt sie uns gerne zu und dann besprechen wir die hier. Heute mit dem Thema, wenn etwas kaputt geht, dann... Wenn etwas... Das war tatsächlich das Thema. Joscha, wie sieht's aus? Angenommen, einem Freund fällt jetzt das Handy runter. Hä? Heute mit dem Thema, wenn die Versicherung zahlt, dann... Ja, das ist so schön. Dann richtig. Heute mache ich mal Gäsch. Ja, ja.